Wir brauchen ja ein Thema, sonst ist er so... Ja, die Koreakrise... Nein. Wie gesagt, der Typ sollte als erstes mal für seine Frisur verhaftet werden. Der Kerl ist mein Held, ich will irgendwann genauso sein wie er. Das ist der Zwillingsbruder von Tsai. Ich hab gehört, dass der größere Bruder von ihm nicht Diktator werden wollte, weil er nach Disneyland wollte. Deswegen hat der abgelehnt dann den Tag. Oh, wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist schon geil. Ja, wenn es stimmt, dann... Aber da wird momentan noch so viel Scheiß drüber erzählt, also... Wir müssen auch sagen, dass wir eine ernste Seite haben. Ihr habt keine Pupillen. Das ist voll gruselig. Sag mir, guck dir mal an, Kehl. Guck dir mal an. Ja, ich guck dir doch an. Ja, kannst du weiter nach oben gucken? Ich kann den Augen gar nicht so... Die eine Fruchtmille von Eric ist so nach außen gedreht. Oh, Jungs, ich muss kurz was knabbern. Oh, es regnet ja übelst heftig. Na dann. Schnell, Jungs. Eigentlich müssten sie noch Regenschirme einbauen. Oh, das wäre so cool. Dann packen wir den Kanister wieder ins Auto rein. Aber an sich so, dass nasse Ausrüstung irgendwie einen Nachteil hat oder so. Das wäre cool, dass man sich dann leichter erkältet oder so. Und dann trockene Ausrüstung. Dass man ein Feuer machen muss oder sich irgendwo unterstellen. So, wer fehlt hier? Ich. Einmal durchzählen. Eins. Zwei. Drei. Boah. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich mache. Egal. So, komm. Wollen wir mal zum Schmiedeinzüge Auto fahren? Ne ganze Folge nur so. Okay. Ja, genau. Steuermann, die bitte. Ja, super. Danke. Er ist der Typ bei Star Trek im roten Anzug, der immer zuerst stirbt. Nein, der ist dunkle Frau. Wie heißt die? Ohura, glaub ich. Ohura heißt die. Das weiß ich, obwohl ich noch keine einzige Star Trek Folge gesehen habe. Ja, weil die geil sind. Ich hab grad irgendwo gelesen, der Typ, der Sheldon bei Big Bang Theory spielt, hat noch keine einzige Star Trek Folge gesehen. Ehrlich? Und weiß nicht, wer Doctor Who ist. Okay, das ist schon ein bisschen lame, aber... Ich find's auch lustig, dass der Typ schwul ist. Es passt aber, find ich so. Trotzdem ist ein lustigst aus, äh, Zehri. Mit Lennart. Ja, irgendwie, ich kann mir die nicht mehr angucken. Irgendwie ist das nicht mein Humor. Meistens ist es einfach nicht witzig. Man guckt es, wenn man... Man guckt es, wenn's nichts anderes gibt, wenn man total langweilig hat. Ja, vielleicht aber ich nicht. Du musst sowieso irgendwie missraten, Erik. Ja, hast du recht. Kannst du mal auswählen zu überessen? Abschaum der Gesellschaft. Hallo, wir haben ihm doch erlaubt zu essen. Nein! Was soll ich sonst? Erik, du musst jetzt verhungern. Any Bandits, was ist das denn bitte für ne Frage? Schreib mal hier das. In, zwei, jahrnicht. Na, ich bin total auf. Und nein. Ausdrucken. Ja, das kann auch sein Spaß zu. Ja, das kann auch sein Spaß zu. Ja, das kann auch sein Spaß zu. Spass. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das kann alles bedeuten. Komisch hier irgendwo durch. Fahr da rum, fahr rum. Ja. Ach, da hat sich erhitzt. Oh, da toll ist noch ne. Okay, Berenzino, da gehen wir nicht hin. Lass mal nach Berenzino. Bisschen Action, oder was? Oder nein. Ja, was ist los? Ich seh schon, nach 10 Minuten, Mami. Mein PC-Stock, nein, ich bin tot. Immer dasselbe bei uns. Er versteht nicht, warum bewaffnete Spieler oft unbewaffnete Spieler klicken. Versteh ich aber auch nicht. Ja, das ist einfach dumm. Ich versteh auch nicht, warum sich bewaffnete und bewaffnete immer gleich klicken. Ja, das hatte ich letztens. Also meine normale Reaktion, wenn ich auf kurze Distanz einen Spieler treffe. Erstmal weiter. Ich laufe normal weiter, halte nicht an, schieße nicht, mach gar nichts, sondern laufe irgendwie um eine Ecke oder sowas. Also mache auch keine Anstalten, dass ich ihm irgendwas tun würde und schreibe dann erst von wegen, bist du freundlich oder so, beziehungsweise hau ganz ab. Das ist meine normale Reaktion. Und das ist mir letztes Mal auch passiert, so einen Typen treffe ich, ne, wir laufen einander vorbei. Ich will halt weiterlaufen, ne, so, um zu zeigen, dass ich nichts von ihm will. Er dreht sich um und schießt mich ab. Ein Mann, der in Kamos, nahe Nord-East-Airfield. Nord-East, okay, also deine Nähe von K... Dings da. Wie hieß'n das? Kamenka? Nein, äh, oben da. Ähm, warte, wie heißt das? Ich guck kurz. Karabino? Irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Krasno-Stuff. Krasno-Stuff, genau. Da, da. Oh, ich hab schon alles vergessen, das ist voll peinlich. Da vorne ist übrigens das Airfield, da wollen wir nicht hin. Da sind ja auch diese Typen anscheinend. Ne, ne, die sind... Bei welchen Airfields? Die sind andere. Ja, aber... Die sind beim Nord-, äh, Nordwest-Airfield. Klar sind wir schon. Ja. Ah, okay. Guck mal kurz. Ach, shit, ich hab' keinen Kompass. Aber ich hab', ah, Gott, ich hab' ja hier meine, ähm, mein GPS. Ich fahr' jetzt einfach ein bisschen weiter Richtung Nord, ne? Kramo guy near, äh, Berencino with, äh, DMR. Aber ich hab' das... Ich hab' das Gefühl, ähm, dass... Ghillie-Suits und sowas jetzt öfter droppen. Weil ich hab' letztens schon... Oh, da ist grad' einfach so'n Auto von mir aufgekloppt. Bei mir leckt das grade richtig. Bei mir nicht. Hehehe. Ich weiß nicht. Ich find' aber sowas, so... Ghillies und so sollten sie auch schwerer zugänglich machen, weil sonst läuft jeder mit'n Ghillie rum. Ich find' normale Klammern, da freu' ich mich schon richtig drauf. Gibt's hier irgendwie ne Tanke oder so? Ja, rechts. Wir fahren grade direkt neben einer. Ja, aber eine, wo man auch oft kann. Höchstwahrscheinlich bei dem Kalkgebäude auf der anderen Seite möglich. Weil ich, ich glaube... Oh fuck, bei mir leckt's grade. In welcher Stadt sind wir jetzt? Du stehst. Ja, ich weiß. Ich versuch grad rückwärts zu fahren, aber... Alter! Okay, jetzt geht's. Fahr' mal zu dem Kalkgebäude. Ich glaub' hier waren wir schon mal und... Also irgendwann mal und haben hier nach... Äh... Dingens gesucht und hier war glaub' ich gar nichts. In welcher Stadt sind wir denn? Stimmt! Ja, doch. Hier war nichts, ne? Da kann ich mich auch dran erinnern. Da bin ich mit'n Motorrad langgefahren. Genau, du mit'n Motorrad und ich mit'n UHZ. Ja. Okay, hier ist nichts. Dann lass' weiter. Hier ist überall im Norden. Wir waren noch keine Tanks. Das hat uns doch noch so geärgert. Ah ja, genau, aber ich... Das ist unser Standard-Tank gefahren, oder nicht? Jo, würd' ich auch sagen. Ja, aber ich muss erst mal ein bisschen Abstand von den Zombies gewinnen. Passe ich hier durch? Ja. Ja. Ist immer voll schwer sein Auto einzuschätzen. Boah! Fest! Ja. So, jetzt muss ich kurz auf die Karte schauen. Zack. Zack. Okay. Abmessen nicht mit'n in der Stadt, Ivan. Ja, aber das geht ja schnell. Ich hab's schon. Ja, okay. Wie bei Pete's mit dir. Da standen sie an der Kreuzung und haben erst mal fünf Minuten auf ihre Karte geguckt, bis ich... Und dann waren sie plötzlich tot. Ja. Cool. Aber jetzt wollen die ja mit Moonlight 7 oder so spielen. Ja? Der ist ganz gut, glaube ich. Also er spielt recht gut. Na ja, der ist ja der beste Deutsche, Digga. Ist so. Ey, wir müssen mal Boilerei einzetteln. Er ist wieder Franky. Wärm von dem Deutsch. Und mit Franky bollen wir uns auch nochmal richtig. Ja. Wir zeigen denen, wie richtige Leute das spielen. So wie wir das immer machen. Wir finden irgendwie ein geiles Auto durch Glück, fahren rum und dann sofort. Also wenn wir noch andere Spieler treffen, sind wir sofort tot. Ja, genau. Das ist so eine Taktik. Irgendwie sehe ich generell nicht so viele andere Spieler. Ja, und wenn, dann ist es mal... Die Sache ist, bei mir ist es immer Glück. So, jetzt das... Ähm... Ähm... Ja, ich weiß. Ich hab das Gefühl, dass wir gleich ab und knallt werden. Joa. Geil, lass mal Boilerei. Boah, ich... Oh Gott. Lass mal Boilerei. Ich schäm mich grad. Okay, ich steig aus, lauf sofort ins Gebüsch. Oh, alle mach mal. Ich beobachte erst mal. Oh, wir müssen aus dem Auto, ne? Sonst fährt. Ja, schnell, sonst hauen die uns kaputt. Wir hauen uns kaputt. Ich mach Wachung. So. Hier drin ist nichts. Steig aus. Oh, da hab ich auch wieder sprach. Was ist so ein... Was ist? Lackt. 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 Erik, verlierst du immer noch Blut? Nö, sieht nicht aus. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Darf ich schießen? Darf ich schießen? Darf ich töten? Ja, okay. Nein, hier nicht. Zu nah am Affe, ne? Aber er hat ja ne leise Waffe. Egal, lass Eric. Mann. Ich hab das Auto angelassen, ne? Ja, wo ist denn das Benzin? YOLO. Was ist im Auto? Nein, ich mein hier, sind das nicht unsere Kanister? Jaja, das sind die. Aber ich wollte die Zombies kurz abhängen. So. Soll ich auch oft tanken? Jo, wär gut. Ich leg mich hier ins Gebüsch und guck, äh, Richtung. Ja, guck, ob du da irgendwelche, äh, Bewegungen siehst. Aktivitäten. Wär ganz cool, wenn es nicht lägen würde, wenn ich, äh, durchs, Fernblast guck. Soll ich in meinen, in die Ferne gucken. Oh, fuck. Oh, fuck. Ivan? Oh, Schengen, ja? Pack die voll und kann es ans Auto, dann kannst du das auftrinken. Bei mir will er nicht. Okay. Kannst du, äh, obwohl, ne, der Zombie tut mir nichts. Noch nicht. Ja, komm. Allein. Komm schon, Zombie. Lass ihn, äh, äh. Das wird jetzt unser Haustier. Ja, wir nennen ihn... Hubert. Zombie. Hubert, das ist gar nicht Hubert. Nein, Hubert, bitte. Ja, Hubert ist geil. Ich liebe Hubert, den Namen. Aber deine Kinder. Deine armen Kinder wollte ich grad sagen. Ja, so werde ich meine Kinder nennen, auch wenn es Mädchen wären. Hubert. Hubert. Oh. Wildest. Wildest, I'm online, oder wildest, keine Ahnung. Okay, Wagen ist voll. Ich, äh, mach noch die restlichen Kanister voll. Dann sollten wir unser Englisch schreiben. Ich will den Helden spinnen. In der Axt hab ich schon mal Axt. Ich glaub schon. Egal. Alter, ich versteh nicht, warum so viele Leute mehr schreiben, als dass sie spielen. Ja, also ab und zu kann ich das verstehen. Also, so einfach so schnacken, weißt du. Ja. Alter, kommt übrigens ein Zombie. Wir sollten weiter, oder? Der steht hier schon die ganze Zeit. Das ist Hubert. Erkennst du Hubert nicht mehr? Ach Hubert. Ja, wann wir jetzt losfahren, oder nicht? Ja, ich tank noch die letzten Kanister. Achso, okay. Ah, ist jetzt vorne. So, alle Kanister voll. Wunderbar. Ja, ich muss dir Sachen reinpacken. Achso, okay. Tschüss Hubert. Tschüssi Hubert. Tschüssi Hubert. Tschüssi Hubert. Jetzt fängt er an zu laufen. Guck mal, er hat er... Ne. Ich dachte, er läuft jetzt aus dem Interieur. So, warte. Nein. Der arme Hubert. Gott. Der kommt schon. Glaubt ihr wird... Aber hast du mich bei Tommy zu fragen? Ja, die Augen, ne? Wenn sie essen, ne? Ja. Müssen sie dann auch kacken? Oder wird sie einfach immer dick? Ich weiß es nicht. Wird das denn überhaupt verdaut? Das wird... Das wird für die... Für die, äh... Keine Ahnung. Ist das voll mehr... Für die... Vielleicht erhält das Essen das Gehirn am Leben. So... Vor allem... Wie wollen sie denn kacken, wenn sie irgendwie nur... Äh... Ohne... Wenn sie ohne Unterleib rumlaufen zum Beispiel. Dann fällt das einfach durch. Ja. Dann bringt denen das doch gar nichts. Ja, ein... Interessantes Thema. Ja, finde ich auch. Außerdem, ähm... Was ich auch nicht verstehe. Das Gehirn braucht auch trotzdem Blut umzuleben. Und wenn man den im halben Körper wegfetzt... Ja, ist... Zombies haben allgemein nicht so viel Sinn. Also... Ich würde da jetzt nicht... Sie sind einfach cool. Ja. Der Virus lebt nicht mehr. Der Mensch lebt nicht mehr. Nur der Virus. Was ist... Profanity? Profanität? Keine Ahnung. Profan. Heißt nicht swearing, schwitzen oder so? Pfff... Swearing? Schwören. Schwören. Ahja, genau. Sweating. Das ist Schwitzen. Wir sind alle so gut in Englisch. Ja. Hallo, sieben Punkte. Was ist los? Was ist eine... Drei Minus. Ich glaube, ich hab... Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich hab auch... Ich hab aber auch nur drei Minus in Englisch. Scheiße. Nein. Das Ding ist... Ich versteh... Ich versteh Englisch immer... Voll gut eigentlich. Und wenn ich allein bin, kann ich's auch ziemlich besprechen. Aber sobald ich mich irgendwie im Unterricht... Also... Ja... Gleichfalls. Ich mein, ich... Ich guck halt viele Sachen und spiel auch viele Sachen auf Englisch. Und da hab ich kein... Oh, jetzt habt ihr plötzlich wieder normale Augen. Ähm... Und spiel halt auch viele Sachen auf Englisch und da hab ich kein Problem damit. The world for homosexuals is also... Was... Ist da los? Wo? Ist auch egal. Fah einfach weiter. So, wir sind gleich beim Teufelschloss. Ich würd's sagen, das Auto lassen wir hier im Wald, ne? Ja, okay. Fahr erst in den Tann rein. Also nicht einfach, aber das Fahr stecken. 20 Minuten haben wir noch. Ja, okay. Boah, du machst grade viel wie bei mir. Jetzt sehen wir ja. Huh, Jürgen... Ich hab' grad äh... Beim Hinterreder einen Berghochgefahren. Das siehtraежend. Das sah ziemlich merkwürdig aus. Bei der wäre selbst sieht es sehr merkwürdig aus. Ah, kein Müd. Uuuuaaaaah, kein Müd. Du ddu-dudo-dudu-du-du-du-du-duh Dinkadetetöну... Ich finde diese nicht, bei unseren Tern, über den meisten prestigete Handwer impres spaß. Ja, das wär so ein Müd. Ja, das wäre so geil. näher ok hr ich werde mit späßent